Die Einbruchsklassen RC2 und RC3 sind Ihnen sicherlich bekannt. Jedoch steigt die Anforderung an noch mehr Sicherheit ständig an. Die FIS RC4-Fassade ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Lösungen RC2 und RC3. Die FIS-Fassade kann als Vorhangfassade und Verglasung im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Wir haben nicht nur den Einbruch von außen, sondern auch den Ausbruch von innen für Sie geprüft. RC4 bedeutet eine Widerstandszeit von 10 Minuten unter Einsatz von sehr schweren Werkzeug, wie zum Beispiel einer Axt, des Bolzenschneiders oder einer Akkubohrmaschine. Optisch identisch zur Standard-FIS-Fassade lässt die RC4-Fassade keine sichtbare Einbruchhemmung erkennen. Somit können Sie unterschiedliche Objektanforderungen in einheitlicher Optik realisieren. Bei Ihrer Fassadenplanung können Sie sich komplett auf die gestalterische Freiheit fokussieren. Das sicherheitsrelevante Zubehör ist äußerlich nicht sichtbar, sondern verbirgt sich im Inneren der Fassadenkonstruktion. Das kleinste zulässige Glasformat beginnt bei 500 x 500 mm. In Ihrer Planung können Sie alles umsetzen, was statisch realisierbar ist, in zuvor es sich um eine zugelassene P6B-Verglasung handelt. Dabei können Füllelementgewichte bis zu 1,8 Tonnen umgesetzt werden. Die Postenriegelverbindung kann nicht nur sichtbar geschweißt werden, sondern auch gesteckt oder eingehängt, wie zum Beispiel mit dem Schwerlast-T-Verbinder. Profilansichtsbreiten von 50 und 60 mm bieten Ihnen eine hohe Filigranität und ermöglichen zugleich eine große Aufnahme von Glastoleranzen. Profilbautiefen von 50 bis 280 mm ermöglichen eine große Profilauswahl, mit der Sie jede statische Herausforderung lösen können. Die Standardprofillängen betragen bis zu 10 Meter. Somit lassen sich auch hohe Fassaden ohne sichtbare Stöße realisieren. Wärmeschutz und Einbruchschutz ist kein Widerspruch. Es lassen sich UF-Werte bis zu 0,81 Watt pro Quadratmeter Calvin erreichen. Beim Außendesign der Fassade können Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckprofilen aus unserem Sortiment wählen. Sie können bei der FIS RC4-Fassade nicht nur unsere Grundprofile verwenden, sondern können mit der Bolzenlösung auch auf jedes beliebige Stahlprofil aufsetzen. Planen Sie aktuell eine Glasfassade, bei der Sie von einer Standard zu einer Sicherheitsfassade übergehen? Planen Sie ein Projekt, bei der eine RC4-Anforderung besteht? Oder möchten Sie allgemein mehr über die FIS RC4-Fassade erfahren? Sprechen Sie uns an, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung. www.².auf.de